guten morgen weil ich grüße dich und herzlich willkommen hier im wald ein wunderschöner herbsttag mit so vielen schönen ja farben und eindrücken es ist sonntagmorgen und ich bin ja wie fast jeden tag irgendwie im wald unterwegs und vor allen dingen liebe ich es morgens oder abends im wald unterwegs oder gegen abend im wald unterwegs zu sein das ist noch mal das hat noch mal so eine ganz ganz besondere stimmung und das ist so nach so nähren zu erfüllen so schön also für wirklich für körpergeist und seele und ich liebe das und ich liebe es auch hier draußen videos zu machen und ja erst mal wollte ich dich grüßen dir einen wunderschönen sonntag wünschen und ja meine freude mit dir teilen dass wir ja nun mit berufung erleben tatsächlich online sind und ja es passiert schon so viel wunderbares intern und ich freue mich schon sehr darüber und am dienstag startet auch das erste findet das erste live event auf berufung erleben punkt com statt und das wird eine ja ein interaktiver berufungstag sein mit ja mit unseren wunderbaren coaches und mit mir und da werden wir über das thema sprechen und also geschichten über das thema erzählen und geschichten erzählen über das thema was die größte herausforderung für uns persönlich bei rund um die berufung ist und wie wir damit umgehen oder umgegangen sind und ich persönlich finde immer dass ja geschichten sehr viel inspiration bieten ja für das eigene für das eigene vorankommen für das eigene entfalten und deswegen wird es solche ja interaktive talks sehr sehr viele geben auf berufung erleben punkt com und wie gesagt am dienstag um 20 uhr starten wir mit der ersten live aktion und da freue ich mich schon sehr also wenn du bei berufung erleben punkt com bist dann kannst du das natürlich erleben ansonsten werde mitglied heute übrigens also sonntag heute am sonntag gilt noch das eröffnungsangebot von 29 euro pro monat und ab morgen am montag dann 39 also eigentlich ist egal 29 oder 39 euro ich meine beides ist mehr als gerechtfertigt und ja also wenn du noch nicht dabei bist dann ist jetzt eine gelegenheit dafür ich freue mich auf dich und unser gemeinsames wirken bis dann schönen sonntag schönen montag dienstag oder wann auch immer du schaust bis dann